Ebenfalls einen großen, wenn auch unglücklichen Auftritt in der Champions League hatte Miele Svila, der 18-jährige Torhüter von Benfica Lissabon. Er debütierte in der Königsklasse gegen Manchester United. Das Spiel ging 0 zu 1 verloren und ihr habt es vielleicht gesehen, er sah nicht so richtig gut aus bei dem Gegentreffer von Rushford. Nichtsdestotrotz ist er jetzt der jüngste Champions League Torhüter ever aller Zeiten und er löst damit eine richtige Legende ab, nämlich diesen Mann Ika Casillas. Der war damals bei seinem Debüt 1999 zwei Monate und fünf Tage älter als Svila und musste ja jetzt auch beim Spiel seines FC Porto gegen Leipzig auf der Ersatzbank versauern. Wir haben jetzt für euch die Top fünf der jüngsten Champions League Torhüter. Auf Platz 5 Adrian Semper von Dynamo Zagreb. Er debütierte im September 2016 und ist der Älteste in diesem Ranking. Dieser Mann ist bestens bekannt. Igo Akinfeyev von ZSK Moskau. Sein erstes Champions League Spiel war 2004. Nikolai Mikhailov von FK Sofia. 18 Jahre, vier Monate, drei Tage war er alt. Und eben Ika Casillas, das habe ich schon angesprochen. 18 Jahre, drei Monate, 26 Tage, als er das erste Mal für seine Liebe Real Madrid in der Champions League auflief. Und Svila war eben gestern 18 Jahre. Ein Monat und 21 Tage kam im Sommer erst vom RC Anderlecht für 2,5 Millionen Ablöse. Und um diesen Wechsel hat es ganz schön Ärger gegeben. Er hat da so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen in Belgien. Mehr dazu gibt es jetzt vom Transfermarkt-Kollegen Christian Schwarz. Der Auftritt von Milos Vila gestern in der Champions League war natürlich ein bisschen unglücklich. Das Gegentor, da sah er nicht allzu gut aus. Vorher hat er aber eigentlich ganz gut gehalten. Und ich denke, bei dem jungen Alter kann man dann auch eher mal so ein Fehler verzeihen. Grundsätzlich gilt er in Belgien schon seit Jahren als absolutes Top-Talent auf der Torhüterposition. Ist ja derselbe Jahrgang wie Donnarumma und wurde da auch schon öfter im selben Atemzug genannt. In Belgien hat er wirklich schon früh als 15-Jähriger in der U19 bei Anderlecht gespielt. Wurde immer wieder bei Jugendturnieren als bester Torhüter ausgezeichnet. Dementsprechend war man natürlich auch nicht glücklich in Belgien, als er im Sommer dann zu Benfica ging. Da ist auch so ein bisschen eine Schlammschlacht abgelaufen. Also er hatte wohl die Zusage von René Weiler, der damals noch Trainer war, dass er in dieser Saison die Chance bekommt. Sollte dann aber ausgeliehen werden. Das wollte er dann nicht, weil er sich bereit gefühlt hat, als erster Torhüter in die Saison zu gehen. Ja, im Endeffekt ging es dann relativ fix, dass er dann zu Benfica gewechselt ist, was in Belgien wirklich auf viel Unmut gestoßen ist, gerade bei Anderlecht. Aber mal davon abgesehen, rein sportlich bringt er alle Voraussetzungen mit, zu einem der absoluten Top-Torhüter für die Zukunft zu werden.